Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei über 38.000 US-Dollar. Wir haben gestern nicht mehr das Golden Pocket nach unten hin angelaufen, dafür heute Morgen jetzt das Golden Pocket nach oben hin. Ist das möglicherweise ein Zeichen dafür, dass die Kurse jetzt doch wieder ein bisschen nach oben hingehen oder sehen wir einen Dump, weil der Dump-Indikator wieder zugeschlagen hat. Was das für ein Indikator ist, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Außerdem natürlich auch, wie gehen wir weiter mit unseren Trades vor. Wir haben ja momentan zwei BTC-Trades laufen und wer den Marktausblick geguckt hat, wir haben auch noch ein paar Stock- und Forex-Trades laufen. Also schaut euch das gerne an. Bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Und bevor wir starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich alles for free. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, meldet euch bei meinem Partner BingX an. Dort kriegt ihr immer wieder geile Aktionen, auch bei mir mit, sage ich jetzt mal, und dauerhaft 10% Rabatt auf die Gebühren. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 38.100 US-Dollar. Analyse von gestern war ja immer noch, dass wir hier unten zumindest mal ins Golden Pocket reinkommen. Und nicht nur, weil das Golden Pocket eben hier ist. Wir gehen mal ganz kurz in den 1-Stunden-Time-Frame. Sondern auch, weil wir hier unten unsere Vector-Candles eben drin haben. Mit eben den Demand-Zonen, die hier unten noch einfach drin sind. Das heißt, sehr, sehr viel Support in dieser Area. Hätte ich mir gerne geholt, wäre dann auch nochmal eine Möglichkeit gewesen, um nochmal einen neuen Long-Entry reinzugehen. Momentan läuft ja unsere Position auch hier unten in diesem Preisbereich, wo wir ja bei 36.736.800 US-Dollar reingegangen sind. Wir haben den ersten Impuls mitgenommen, zwei Take-Profits genommen. Hier wäre die Verdopplung möglich gewesen. Beziehungsweise halt für alle, die noch nicht drin gewesen wären, hier nochmal in den Trade reinzugehen. Jetzt ging das Ganze ein bisschen schneller. Wir sind nur bis zum 0,5er gekommen. Deswegen machen wir mal das eine FIP-Level weg. Erkundigen uns jetzt eben nach dem, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Da sehen wir, okay, Golden Pocket jetzt direkt hier über uns widerstand. Das würde jetzt interessant werden für unseren Short. Nachdem bei unserem Short eben hier oben reingegangen sind, wo wir ja drüber gesprochen haben. zum ersten Take-Profit gelöst wurde, seitdem jetzt erstmal nicht mehr viel passiert ist. Und eigentlich müssten die Kurse jetzt ins Bodenlose dumpen, denn der Dump-Indikator hat wieder zugeschlagen. Und dieser Indikator ist Michael Saylor. Der hat gestern wieder groß eingekauft und was heißt, ja, groß in dem Sinne mit 16.130 Bitcoin. Heftig, einfach mal 600 Millionen einfach hier reinzuhauen. Die sind aber deutlich, deutlich im Profit. Sie haben insgesamt 5,28 Milliarden mittlerweile in Bitcoin reingesteckt. Zu einem Durchschnittspreis von 30.500 US-Dollar. Macht's wie Michael Saylor, kauft Bitcoin. Normalerweise ist aber Michael Saylor immer wieder so ein kleiner Dump-Indikator. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Momentan sind die Kurse ein bisschen nach oben drin, was mich langsam auch nicht mehr so wirklich verwundert. Also wenn wir uns mal noch ganz kurz die Zahlen von gestern angucken, die ja dann rauskamen, Arbeitslosenzahlen aus den USA, mal ganz kurz rüber glotzen, waren jetzt auch nicht wirklich sonderlich spektakulär. Es war nicht wirklich was Negatives, es war nicht wirklich was Positives. Also Märkte sind momentan einfach immer noch deutlich, deutlich überhitzt. Meiner Meinung nach bei Krypto sehe ich das noch ein bisschen anders. Also Krypto sehe ich momentan noch aufgrund ETF etc. pp. was da alles auf uns zukommt, sehe ich momentan da, wo es hingehört. Meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, Stockmärkte und sowas sehe ich etwas kritischer. Für Bitcoin jetzt kurzfristig wird es jetzt einfach wichtig sein, sollten wir hier über das Golden Pocket rüberkommen. Vorstellen, dass wir dann eben nochmal neues hoch rausnehmen. Das heißt, dass unsere Short-Position auf jeden Fall dann aus dem Markt auf jeden Fall gespült wird. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann ist aber auch der Weg in Richtung 40.000 US-Dollar auf jeden Fall wieder frei. Heute, news-technisch, kommt ja heute nicht mehr viel. Deswegen gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir weiter steigende Kurse sehen. Wir sind aber, wie gesagt, in einer kritischen Phase. Nicht nur, dass Michael Saylor gekauft hat, das ist der eine Punkt. Die anderen Punkte sind einfach auch unsere Daily Closers. Wenn ich mal das FIP-Level ganz kurz weg mache, sehen wir auch, die Wicks, die wir hier überall immer oben haben, sind einfach nur Liquiditätsabgriff. Das heißt, wir versuchen immer die Liquidität, die da oben ist, einfach rauszunehmen. Volumen ist deutlich am sinken. Wir haben immer noch einen sehr, sehr hohen RSI. Also man muss hier schon noch vorsichtig sein. Hier irgendwie noch irgendwie in eine Long-Position jetzt vor allem noch reinzuhüpfen, macht keinen Sinn. Letzte Chance war jetzt, wie gesagt, hier unten einfach diese 37.000 US-Dollar für mich. Sollte die ausgestoppt werden, müssen wir sowieso neu gucken. Aber jetzt hier irgendwo in diesen Preissegmenten hier um 38.000 US-Dollar ist das Risiko meiner Meinung nach viel, viel zu hoch, um hier noch irgendwie in eine Position reinzugehen. Also hier rate ich euch jetzt erstmal ein bisschen auf Abstand zu gehen. Ansonsten Short und Long läuft. Ziel weiterhin 40.000 US-Dollar. Sollten wir eben das Golden Pocket nachhaltig nach oben hindurch brechen. Gehen wir zu Ethereum. Hier läuft, wie gesagt, weiterhin gar keine Position. Hat auch den Sinn gehabt. Hat mir strukturtechnisch einfach überhaupt nicht gefallen. Wir sind zwar jetzt hier wieder langsam in der Nähe unserer großen Range oder unserer Oberkante von der Range. Aber so richtig bin ich hier auch noch nicht überzeugt. Der Move, ja, schön und gut. Aber wenn wir mal sehen, Bitcoin ist da noch mal ein bisschen deutlich voraus. Deswegen warten wir jetzt hier als erstes Mal ab. Gegebenenfalls nächster Long-Einstieg. Je nachdem, wie sich jetzt die Kurse so entwickeln, auch an den US-amerikanischen Börsen, können wir hier noch mal überlegen. Das Golden Pocket hier möglicherweise zu Long bei knapp 2.054 US-Dollar. Schöne Vektor-Candle. Können wir uns auch gleich mal angucken. Seht man auch hier ganz schön auf dem 1-Stunden-Timeframe. Schöne Vektor-Candle. Direkt wieder in der Psy-Range. Daily Open wäre eigentlich perfekter Retest. Nochmal hier, dass wir ins Daily Open gehen. Plus Golden Pocket, plus die Mahnzone. Und dann von hier aus den Trend nach oben hin fortsetzen. Also das wäre noch mal eine geile Möglichkeit für uns, dass wir auch noch mal in Ethereum-Long reingehen könnten. Dafür müssen aber auch die Kurse dann in den nächsten Stunden auf jeden Fall passen. So. Dann gehen wir mal ganz kurz rüber zu den Forex-Daten. Euro gegenüber US-Dollar. Short-Position läuft hier. Ersten Take-Profit genommen. Geht jetzt endlich mal in die richtige Richtung. Möglichkeit, dass wir jetzt hier gegebenenfalls für alle Forex-Interessierten nochmal ins Golden Pocket reingehen. Das heißt hier um den Bereich 1,06 Euro. Und dann eben den Abverkauf erst einmal fortsetzen. Also da bleibt das Ziel auf jeden Fall. Dann DAX. Kritisch, kritisch, kritisch. Kurz vorm Ausstoppen. Ich hoffe nicht, dass das heute der Fall wird. Und beim Dow Jones sind wir. Der 36.000 Stop-Loss müsste um 2 Dollar, äh um 2 Punkte noch, ja, gehalten haben. Weil das war nicht mehr das Setup. Setup war 36k. Aber gut. Schauen wir mal weiter. Für mich die Märkte, vor allem die US-Indizes, weiter komplett am Limit. Für mich einfach komplett geisteskrank, was hier abgeht. Aber vielleicht hat das ja noch Auswirkungen. Und Michael Saylor kann vielleicht auch hier ein bisschen helfen. Und die ganzen Stock-Märkte auch nochmal ein bisschen nach unten hin drücken. So. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus nicht mehr viel zu sagen. Ruhiger Tag. Es ist auch nicht wirklich viel passiert. Später kommt noch ein kleines XRP-Update-Video, wie jeden Freitag. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall dann später wieder. Like da lassen, Abo da lassen und Telegram-Gruppe joinen. Und ach ja, Podcast kommt heute auch wieder um 12 Uhr. Für alle Trading und was weiß ich sonstige Interessierten. Ist eine geile Folge geworden. Hört euch die gerne auf Spotify an. Und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das war es von mir. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer.